In diesem Video geht es um die besten Fahrradtaschen. Der Qualitätssieger in unserem Fahrradtaschetest geht an die Falkenthal-Fahrradtasche. Der Falkenthal All-in-One-Klassiker bringt Spontanität und Flexibilität in deinen Alltag. Denn er ist ein Gepäckträger, ein Rucksack und eine Umhängetasche zugleich. In der multifunktionellen Radtasche lassen sich deine Inhalte perfekt sortieren und blitzschnell greifen, da sie mit vielen Innen- und Außenfächern versehen ist. Ob bei Ausflügen oder auf der Arbeit, die 3-in-1-Fahrradtasche ist stets eine erstklassige Begleitung. Grund dafür sind die Maße 62 x 28 x 17 cm und das Volumen von ca. 23 Litern. Sichtbar durch den Straßenverkehr und trocken durch den Regen. Die verschiedenen Reflektoren und das wasserabweisende PVC-Material bringen dich sicher an dein Ziel. Da der Hersteller zu 100% in die Qualität der Fahrradtasche vertraut, bieten diese den Kunden die Möglichkeit, bis 30 Tage nach der Bestellung die Ware zurückzusenden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die FitFat Fahrradtasche. Die Fahrradtasche aus hochwertigem Polyestermaterial hält Regen- und Schweißstand. Mit der Sonnenblende können Sie den Bildschirm des Telefons auch bei heller Umgebung klar sehen und Ihr Telefon schützen. Als Fahrradzubehör ist die Fahrradrahmentasche groß genug, um Ihr Mobiltelefon, eine Powerbank, einen Schlüsselbund, eine Sonnenbrille und eine Taschenlampe und so weiter aufzunehmen. Mit drei Klettbändern ist die Fahrradtasche auch auf unwegsamen Straßen ein Tisch, absorbiert die Stöße und bietet Schutz für das, was sich in der Tasche befindet. Das TPU-Material mit hoher Empfindlichkeit und hoher Transparenz bietet Ihnen großen Komfort, um die Karte zu sehen und Ihr Telefon während der Fahrt zu bedienen. Musik hören beim Fahrradfahren muss die entspannendste Sache eines Freizeittages sein. Das Kabelloch ermöglicht es Ihnen, auf einer Freizeitfahrt Musik zu hören. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fahrradtasche ist die FitFat-Fahrradtasche. Diese FITFORT-Handyhalterung Fahrrad besteht aus hochwertigem TPU-Material mit hoher Empfindlichkeit und hoher Transparenz, sodass Sie Ihr Telefon auch während der Fahrt sehr einfach sehen und bedienen können. Egal, ob Sie die GPS-Navigation sehen, Nachrichten empfangen oder Musik wechseln, Sie können sie immer problemlos erreichen. Die Fahrrad-Rahmentasche wurde durch wasserdichtes Polyester und nahtlose Doppelreißverschlüsse verbessert und bietet hervorragenden Schutz für alles, was sich darin befindet. Darüber hinaus verhindert das Sonnenlichtvisier das zusätzliche Sonnenlicht und lässt Sie den Bildschirm des Telefons klar sehen. Alle diese humanisierten Funktionen sind für Ihre sorgenfreie Fahrt konzipiert. Die obere Telefonhülle ist mit Telefonen unter 6,7 Zoll kompatibel. Alle kompatible Geräte blenden wir genau jetzt ein, dass du vergleichen kannst, ob es kompatibel mit deinem Smartphone ist. Diese Fahrradtasche für Zubehör hat eine große Kapazität. Sie können problemlos eine Powerbank, eine Sonnenbrille, einen Schlüsselsatz, eine Taschenlampe und Ihr Mobiltelefon und so weiter verstauen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.